Ich habe entdeckt, dass die Untoten im Teil der Schatten nichts mit den mysteriösen Ereignissen auf dem Pass zu tun haben. Da muss die wahre Ursache woanders liegen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Übel sich sorgfältig verborgen hält. Wenn wir es endlich entdecken, ist es vielleicht schon zu spät. Ja. Ihr habt Arunten von eurem Treffen mit Kresslack erzählt. Was sollen wir also tun? Vielleicht lässt sich das, was nicht gefunden werden will, mit magischen Mitteln finden. Aber dafür brauche ich eure Hilfe. Ja, wir sind gerne bereit, zu helfen, so weit wir können. Gut. Folgendes ist zu tun. Ihr müsst ein altes Druiden-Artefakt finden, das als Herzstein-Juwel bekannt ist. Das ist ein mächtiger Stein zur Ortung des Verstecks dieses Übels. Vor langer Zeit befand sich der Herzstein hier in diesem Heiligtum. Die Druiden von Kuldahar nutzten seine Kräfte, um das Gleichgewicht zu verstehen und Einblick in die Angelegenheiten der Menschen in den Reichen zu erhalten. Dann hat eines Tages ein Eingeweihter des Heiligtums den Herzstein gestohlen und ist aus Kuldahar geflohen. Die demütigen Lehren seines Mentors, des Erz-Druiden, hatten den jungen Druiden ungeduldig werden und nach eigener Macht hungern lassen. Er verschwand mit dem Artefakt in die Berge und wurde nicht mehr gesehen. Ein paar Jahre nach dem Diebstahl gab es Gerüchte über eine seltsame Sekte, die einen Tempel in den Bergen errichtet hatte. Es ist gut möglich, dass dieser diebische Druide etwas mit dem Entstehen dieser Sekte zu tun hat. Wenn dem so ist, dann kann man das Herzstein-Juwel vielleicht in diesem Tempel finden. Der Tempel soll in einem Tal sehr weit östlich von Kuldahar liegen. Ich habe es auf eurer Karte markiert, damit ihr den Weg findet. Reist zum Tempel und findet heraus, ob sich der Herzstein wirklich dort befindet. Wenn ja, dann bringt ihn nach Kuldahar zurück und ich werde mit seinen Kräften die Antworten finden, die wir suchen. Also gut, wir werden tun, was ihr sagt. Oh ja, Level up. Yay. Ja. Oh, wichtige Ereignisse sind jetzt hier erledigt. Hier ist es diesmal von oben nach unten. Oder fast. Naja, erledigt ist nicht so wichtig. Wir haben uns bereit erklärt, ein verschwundenes druidisches Artefakt, das Herzstein, die um wir zu suchen. Offenbar hat es ein Druide selbst vor Janus Kuldahar entwende. Darum geglaubt, es könnte sich in einem Tempel in einer Stucht im Osten von Kuldahar befinden. Wir sollten uns zu diesem Tempel aufmachen und herausfinden, ob der Herzstein tatsächlich dort aufbewahrt wird. Falls ja, sollten wir ihn in eine Rundel bringen, damit er dessen Kräfte nutzen kann, um der Quelle des Bösen auf die Spur zu kommen, das so viel Unheil über den Pass bringt. Ja, wenn wir gucken, ist hier der Tempel des Vergessenen Gottes aufgeploppt. Aber jetzt viel wichtiger, was auch wieder nervig ist, weil wir haben gerade erst geschlafen. Einen Zauber des zweiten Grades kriegen wir und sechs Trefferpunkte, das ist gut. Oh, und kriegen noch einen Magiezauber der ersten Stupfe. Ah. Bezug von Lebenskraft wäre nicht schlecht, aber magische Geschosse sind besser. Ja, aber gerade mal eins bis vier Schaden, während magische Geschosse hier eins bis vier plus eins Schadenpunkte. Und für je zwei Stufen kriegt er ein Geschoss mehr. Also bei Stufe drei sind es zwei, bei Stufe fünf sind es drei, bei Stufe sieben vier und bei Stufe neun das Maximum von fünf Geschossen. Weil er halt fünf Finger hat, aus jedem Finger kommt ein Geschoss. Ja, Spuk tut Angst machen, sprühende Farben tut Betäuben, Schockgriff, schneller Rückzug. Äh, Spieren. Äh, Spieren. Oh, gespiegeltes E-Bild. Ja, lernen wir das. Oh, und Stufe 2 lernen wir auch. Äh, Melfsäure-File ist wichtig. Verschwimmen wäre was. Oh, der macht Schlaf. Äh, Schneeballschwarm. Katzenanmut, das gibt. Geschicklichkeit des Empfängers, ja. Glück, Glitzer, Dikerstab, Blindheit. Spiegelbild, ja. Ja. Ihr seid die bessere Variante von dem, was wir gerade genommen haben. Aber ich glaube, ich nehme hier Verschwimmen. Bekommt bloß 1 auf alle Rettungswürfe, während alle Geschossenen nach Kampfwaffen gegen ihn mit minus 3 bestraft werden. Ja, das ist sehr wichtig. Wirkt 3 plus 1 Runden pro Stufe, also 8 Runden. Ja. Das macht es sehr wichtig. So, Stufe erhöhen bei dir. Fallen Stellen und Taschendiebstahl brauchen wir nicht so wirklich. Ich wünsche die Küsse vom Taschendiebstahl 5 Punkte wegnehmen. So. Dein Befehl in Ordnung. Einverstanden. Das heißt, wir machen uns zu diesem Tempel jetzt auf. 40 Reisestunden. Der ist ganz schön weit weg. Ich höre. Was sagt unsere Überlebenskunst? Oh, wir können jetzt dreimal Tiere beschwören. Ja. Hier gibt es eine Menge Spuren, sowohl ankommende als auch wegführende. Es scheint das sein. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Oh. Aus dem Weg. Ey, warte da einen Moment. Ich habe ein paar Fragen. Rotzee hat keine Zeit, mit Knümsen zu reden. Muss weglaufen. Was ist denn das für ein Name, Rotzee? Wovor lauft ihr weg? Rotzee rät weg von Heiligen Ort. Er rennt, damit er nicht sterben wie andere. Heilige Ort, meint ihr die Tempel dort drüben? Ja. Rotzee war Wächter für gute Priester in Heilige Ort. Aber dann kommen böse Priester, töten gute Priester und andere Werbwerk wachen mit böse Magie. Aber Rotzee klug, er fallen zum Boden, mit bösen Priester denken er tot. Als sie weg, Rotzee steht auf und rennt von Heiligen Ort. Jetzt sehen wir von diesem bösen Priester. Warum haben sie die Tempel angegriffen? Nein, Rotzee genug geredet. Jetzt rennen. Er wegrennen, bevor böse Priester zurückkommen, ihn auch töten. Okay, dürfen wir jetzt mal kurz lesen. Es scheint, dass es ein Dutzend Wesen in dem Tempel gestürmt. Die tiefsten Spuren stammen von Trollen, wahrscheinlich zwei Dutzend oder mehr. Sie müssen die Bande hierher geführt haben, gefolgt von schlangenartigen Wesen und Menschen. Die schlangenartigen Wesen scheinen beim Vorbeigehen etwas vom Schnee zum Schmelzen gebracht zu haben. Und sie waren wahrscheinlich magisch vor der Umgebung geschützt. Eine große Gruppe Menschen oder Humayriden hat am Eingang gewartet und eine Anzahl von riesigen Humayriden getötet, als diese versuchten aus dem Tempel zu fliehen. Die Angreifer, die am Eingang warteten, waren alle barfuß und sehr leicht. Einige Spuren scheinen gar von Skeletten zu stammen, vielleicht von einem Bataillon Untoter. Nach einigen Stunden des Kampfes scheinen sich die meisten Angreifer aus dem Tempel zurückgezogen zu haben und zurück in die Berge gegangen zu sein. Okay. Ja, in Ordnung. Diese riesigen Standstatuen tragen alle das Anließe des gleichen Ernsten in einem... In einem Umhang gehüllte Figur. Ja. Das ist ein toller Tempel. Weiter! Altadina, Tempelschänder. Wieder entweide diesen Tempel mit eurem verbrecherischen Gegenwart. Das muss ein Missverständnis sein. Wir haben vorher noch nie einen Fuß in diesen Tempel gesetzt. Beruhigt euch, mein Freund. Wir führen nichts Böses entschieden. Wir kommen aus der gelagerten Stadt Gul'da mit einem Auftrag von großer Wichtigkeit. Macht Platz, Priester. Wir sind gekommen, um das Herz steinig mit mir zu holen. Nehmen wir mal das Erste. Das ist kein Missverständnis. Die Leichen meiner geborgenen Brüder sind noch nicht kalt und schon fallen neue Eindringlinge hier ein. Zweifeln uns, um uns endgültig zu vernichten. Aber dieses Mal werdet ihr nicht so ein leichtes Spiel mit uns haben. Wache! Wache! Die Eindringlinge sind zurück. Kommt her, wenn ihr euch traut! Ja, und wir müssen hier gegen Fairbanks kämpfen. Sag was vorwärts! Vorwärts zum Sieg! Fairbanks sind zum Glück Möchtegern Wiesen. Nehmt keine Geborwärts zum Sieg! Das Problem ist, dass sie mit ihren Schilden und ihren Speeren verdammte Schüsse Gegner darstellen können. Ist etwas nicht in Ordnung? Wie kann ich helfen? Sofort! Nehmt! Was hast du gedroppt? Nehmen wir doch ein bisschen was mit. Was? Was wir hier so finden? Machen wir mal einen Quick Save. Was ist los? Äh? Ist das alles? Ja, einverstanden! Und versuchen wir uns mal wieder mit dem Schatten verstecken. So soll das geschehen. Weil es halt auch nicht möglich ist zu sagen... Woher wollte ich gerade hinaus? Ja, wo doch Gegner und Fallen sind. Aber ich denke mal, nach dem... Nach dem großen Kampf... Oh, das ist ein giftiger Heiltrank mal wieder. Ich höre. Ich bin hier. Jawoll! Was? Ich tue es. Also ja, da geht es weiter. Oh, gut. Okay. Also laden. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen! Gut, wir wissen, hier ist nur ein... Furback. Oder Furbeak. Jawoll! Jawoll! Dein Gewiss! Ich bin hier! Ich bin hier! Untertitelung des ZDF für funk, 2017